Und damit herzlich willkommen zu Uncharted 4 Multiplayer Beta. Und ich bin der Files NWP und begrüße euch recht herzlich zu diesem Spiel. Ja, ich bin ja gerade dabei, die Uncharted Nave & Drake Collection zu let's playen. Und dann habe ich mir gedacht, letzte die Runde Beta runter, weil du bist ja dadurch Teilhaber dieser Beta, Teilnehmer dieser Beta, da man ja sich die Collection gekauft hat. Und dann hatte ich mir gedacht, letzte die Runde runter, spielst ein bisschen. Es ist zwar jetzt ein paar Tage her, ich habe das ein bisschen verplant, aber allerdings ist es jetzt auch mein erster Eindruck hier. Deswegen will ich den auch direkt mit euch sharen. Und ja, das wird ein Video sein, wo ich jetzt einfach ein bisschen reinkomme, ein bisschen playe. Ja, nichts Besonderes, keinen großen Skill erwarten, ein bisschen Spaß haben, das soll man haben. Und ja, machen wir weiter. Verbindungsaufbau. Ich hoffe, mein Internet hält soweit. Ich habe noch bei keinem anderen reingesehen, ich habe mal ein paar Szenen gesehen, klar. Auch die Trailer bisher, die es auf der E3 zum Beispiel gab, zu Uncharted 4 habe ich natürlich gesehen. Aber viel Gameplay habe ich jetzt nicht gesehen. Nur manches gelesen. Match finden, Team-Dev-Match bitte. Mal gucken. Machen wir mal ein Spiel. Genau. Ich habe jetzt einfach die Einführung mal rausgecuttet. Denke ich mal, werde ich machen. Werde ich, glaube ich, gemacht haben. Suche nach optimalem Spiel. Und das kann jetzt sich nur noch umschund dauern. Ich denke, also mein Internet, ich bin über WLAN mit der PS4 verbunden mit meinem Internet. Ich hoffe, das reicht aus. Weil ich habe ja nicht den besten Empfang in meinem Zimmer. Der Router steht ein bisschen entfernt dem anderen Ende der Wohnung. Und mal gucken, mal gucken, was so geht. Uncharted 3 habe ich nur auf YouTube gesehen. Multiplayer habe ich ja, wie gesagt, noch nicht gespielt. Dann gibt es ja, wie sonst, ich hätte ja keine PS3. Und ich mache ja gerade das Let's Play zur PS4-Version von Uncharted 1, 2 und 3. 1 habe ich ja schon fertig. Ich habe aber leider keinen blassen Schimmer, wie der Multiplayer sich anfühlt zu spielen an sich von Uncharted. Weil, wie gesagt, in der PS4-Version gibt es keinen Multiplayer. Und dann werde ich wohl warten müssen auf Uncharted 4. Ja, mal gucken. Ich werde einfach mal was aufnehmen. Und vielleicht mache ich noch ein paar weitere Videos, je nachdem, wie es euch gefällt. Keine Ahnung, mal gucken. Wenn ich jetzt überhaupt noch was finde. Naja, zumindest hat Real Madrid 4-1 gewonnen. Super. Die Catherine kann man spielen. Warte, alleine Insel-Outfit. Naja, okay, die hat ein bisschen anders ausgesehen. Gucken, wer so heute spielt. Hm, 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 hm. Spiel den Arking, die Cavaliers. Okay, Miami steht gegen die Cavaliers heute. Ja, gucken, gibt es irgendwie im Livestream? Ich gucke mal gerade. Ich habe ja sonst nichts gerade zu tun. Wenn ich noch was finde, werde ich zusammen cutten, ne? Also irgendwie bin ich da gerade... Dezember. 5. Dezember haben wir heute, ne? 23 Uhr Golden State Warriors wird übertragen. Und danach... Miami gegen Cleveland. Perfekt. Dann werde ich mir das heute gönnen um 23 Uhr. Ja. Zuerst Golden State gegen die... Gegen Toronto. Und dann... Cleveland gegen Miami. Um 2 Uhr. In der Regel müsste man jetzt vielleicht mal den Namen angezeigt bekommen. Der anderen Spieler... Ah, aha. Und jetzt Lads. Okay. Soll ich jetzt mal oder nein? Äh, ich gehe jetzt Flynn. Oh, verstehe. Du magst verwegene, intelligente, moralisch zerrissene Männer, was? Äh, eigentlich nicht, aber... Egal. Ihr werdet einfach mal ein bisschen spielen. Was geht los? Was geht los? Was geht los? Ach. Ah, danke. Dankeschön, mein Mann. Oh fuck Ah, das war jetzt alles andere als wirklich gut Komm Geheilt Geheilt den Beinen Man Ja Let's go Nah, das ist klar Oh, oh fuck, oh fuck Ja, alles klar, okay Aber es geht, ich kann mich langsam anpassen Hm Ah fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck Oh fuck, scheiße Da bin ich tot Äh Oh fuck Oh fuck Ey, da wollte ich das mit dem, mit dem Haken da machen Und plötzlich dann Achtung, da ist ein Typ Mein Freund Äh Ach Nach Land war ja woanders Läuft Achtung Abудь veloc W Kel Okay, da ist ein 3-1-ing. Wow, da ist ein Malo. Aber ich bin einfach zu scheiße dafür. Ich bin einfach zu scheiße. Ich bin einfach zu scheiße. Okay, konzentrieren wir uns mal auf Gameplay. Ich wurde einfach gekillt. Ich wurde einfach weggebankt. Ich komme. Das ist kein Problem. Lady? Alter. Alter. Ich konnte mich nicht bewegen. Oh, danke, danke. Nein, nein. Äh, extra. Gewonnen. Ich habe meist Geld gemacht. Tode 7. Wo sieht man denn seine Kills? Alles klar, das war ja schon mal ein interessantes Match. Muss man ja mal sagen. Es hat Spaß gemacht, aber perfekt war es jetzt nicht. Egal. Nate, nehmen wir diesmal. Komm, wen solltest du auch sonst wählen? Mit Nummer 1. Ach, die Scheiße hier wieder. Putain. Ja. Ich bin da oben! Ich hab nicht dazu gehört. Angst! Hey! Oh, mom! Oh damit! Oh van. Oh mein worksheet? Oh nein! Und das war echt. Oh nein! Das war gerade ziemlich süß. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, dauert noch 18 Sekunden. Oh, Gott. Verdammt, ich bin getroffen. Okay, ich. Zurück an die Arbeit. Helft mir. Whoa. Was für ein Planet. Fuck you. Hätte ich gehört. Äh, ja. Die geile Granate. Ja, ich mach's schon. Okay. Granate. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das?